Also mit den G20-Verfahren hat hier eine ganz neue Qualität von Verfahren angefangen, das kann man ohne weiteres so sagen. Also ich mache diese Arbeit jetzt seit, ich glaube, 26 Jahren. Ganz zu Anfang meiner Tätigkeit habe ich das mal erlebt, dass Menschen wegen des Vorwurfs von Landfriedensbruch in Untersuchungshaft gekommen sind. Das ist seit über 20 Jahren nicht mehr vorgekommen. Nach dem G20-Gipfel war das beinahe die Regel. Und das erste Urteil in dem G20-Prozess wurde ja Ende Augusta getroffen. Da hatte ja der Angeklagte eine Flasche auf die Polizisten geworfen und sich dann gegen seine Ingewahrsamnahme verweigert, indem er da halt so eine Schutzhaltung einnahm. Da hatte er dann ja diese zwei Jahre und sieben Haft bekommen, eben ohne Bewährung. Die Strafe wurde dann weithin als besonders hart und drakonisch bezeichnet. An dem Angeklagten sei dann ein Exempel so statuiert worden, so die Meinung der Experten. Das Gericht hatte so eine Motivation von sich gewiesen. Wie wir hatten Sie denn das Vorgehen des Richters bei dem ersten Prozess? Dieses erste Urteil hat sicherlich viel mit der Persönlichkeit des zuständigen Richters zu tun gehabt. Da ist es sicherlich darum gegangen, eine Marke zu setzen, an der in der Folgezeit alle anderen sich orientieren würden. Und das ist sicherlich auch passiert, auch wenn jeder Richter sagt, ich bin nicht Richter K., sind die Strafen ja trotzdem in der Regel drakonisch. Auch wenn sie sozusagen öffentlich, aus meiner Sicht vollkommen zu Unrecht, als milde Urteile wahrgenommen werden, weil sie fast alle zur Bewährung ausgesetzt worden sind. Aber Haftstrafen von im Schnitt etwa anderthalb Jahren wegen des Werfens weniger Flaschen, die, wenn ich das richtig sehe, in gar keinem Fall eine Verletzung verursacht haben, ist, auch wenn man das wertet als schwerer Landfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, was es ja in aller Regel gewesen ist, schon ein, sind das sehr harte Strafen. Und wenn diese erste Strafe sehr hart gewesen ist, welche Bedeutung hatte das denn für die darauffolgenden Prozesse? War das vielleicht so abschreckend oder inwiefern hat das die anderen Prozesse beeinflusst? Das hat die anderen Prozesse erheblich beeinflusst. Also der junge Mann hatte ja die Tat bestritten, hat gesagt, er war das nicht. In verschiedene Haftbefehle ist ja damals schon von Richtern des Hanseatischen Oberlandesgerichts, die sich als Haftrichter hatten abordnen lassen an das Sondergericht, was es da gegeben hat, quasi an der, wie der Jurist sagt, Segelanweisung reingeschrieben worden. Da steht ja schon drin zum Teil, dass wer auch nur in die Nähe von Bewährung kommen wolle, müsse ein erhebliches, ein erheblich bedeutsames Nachtatverhalten in den Tag legen. Also sprich, es steht da schon drin, wer nicht gesteht und Reue zeigt, wird eingesperrt. Wenn ich das mal so flapsig sagen will. Es war dann ja so choreografiert, dass jetzt in den letzten Prozessen hauptsächlich die Angeklagten, die aus Italien, Frankreich, Tschechien, Russland und so weiter kommen, verhandelt worden sind, die hier in Untersuchungshaft gesessen haben und nach zwei bis drei Monaten einfach vor allen Dingen eins wollten, und das war nach Hause, sodass praktisch bis auf jetzt einen Angeklagten vor kurzem sich niemand getraut hat, sich ernsthaft überhaupt zu verteidigen. Sondern es sind sozusagen Geständnisse abgelegt worden, es ist Reue gezeigt worden. Selbst wenn man das so macht, hätte man natürlich thematisieren können, in welcher Situation das alles stattgefunden hat. Also ich sag mal in einer Situation, in der die Polizei über eine Woche lang unter erheblichen Rechtsbrüchen hier die Konflikte eskaliert hat. Es sind Waffen auf Polizisten geworfen worden, die in erheblicher Weise durch eine Panzerkleitung geschützt gewesen sind. Wie gesagt, ich kenne kein Verfahren, das bisher durchgeführt worden ist, wo festgestellt worden ist, dass Polizisten, die von Flaschen getroffen worden sind, irgendwelche Verletzungen davon getragen haben, was ja gut ist. Aber das hätte man natürlich thematisieren können und man hätte natürlich auch sozusagen mal die Gesamtsituation thematisieren können. Das alles hätte einem Geständnis ja nicht im Wege gestanden. Das hat sich aber tatsächlich in dem Klima, was hier herrscht, bisher praktisch niemand getraut. Und als Folge dessen sind ja die Prozesse ja meistens so schnell gegangen, dass sie halt nur einen Tag lang angedauert haben. Wie beurteilen Sie denn, dass es halt eben nur so kurze Prozesse gegeben hat? Ja gut, das liegt in der Natur der Sache. Also wenn Sie einen Angeklagten haben, der sagt, ich gebe alles zu, was mir vorgeworfen wird, ich bereue es und ich finde, also sozusagen, ich unterwerfe mich auch dem Konstrukt, darum ging es ja hauptsächlich, ich unterwerfe mich dem Konstrukt, der linksradikale Mob verursacht bürgerkriegsähnliche Zustände und gefährdet damit die Sicherheit und Ordnung in dieser Stadt. Das ist ja der Grund für diese drakonischen Strafen. So, dann haben Sie keinen Grund, einen langen Prozess zu machen. Dann ist in der Tat, nachdem die Anklage verlesen ist, ist dann alles gesagt, wenn der Angeklagte eine solche Erklärung abgibt. Es gibt im Moment einen Prozess, wo ein junger Mann sich diesem Vorgehen verweigert. Der Prozess ist am ersten Tag geplatzt erst mal, weil die Situation so eskaliert ist, dass die Verteidigung die zuständige Richterin als Befangen abgelehnt hat. Die hat daraufhin den Prozess ausgesetzt. Der junge Mann sitzt natürlich weiter hier in Hamburg in Untersuchungshaft, obwohl er natürlich auch viel lieber zu Hause in Russland wäre. Nun haben wir ja jetzt über die Länge dieser Prozesse gesprochen, aber jetzt reden wir mal über die Arbeit der Verteidiger. Und zwar stellt sich mir die Frage, Sie vertreten ja eben die Seite der Verteidigung bei der G20-Angeklagten und waren ja auch selber in einem solchen Prozess beteiligt. Wie offen ist, hat denn da ein Anwalt Zugriff auf die polizeilichen Unterlagen und die Aufzeichnungen, wenn es dann darum geht, die Verteidigungsstrategie auszuarbeiten? Das sind sozusagen relativ verschiedene Situationen, je nachdem, um was es geht. Also wir haben im Moment, werden hier so einzelne Flaschenwürfe hauptsächlich verhandelt, die bei verschiedenen Konfrontationen, die hier während des Gipfels stattgefunden haben, sehr viele im Nachgang zur aufgelösten Welcome-to-Herr-Demo verhandelt. Da werden Ihnen die maßgeblichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. Das muss sein. Also ich habe jetzt meinen ersten Prozess diese Woche angefangen. Der war sehr schnell zu Ende, weil da die Staatsanwältin morgens in der Tür stand und sagte, ich habe hier weitere Aktenbestandteile, die bisher keiner kennt. Dann haben wir uns darauf geeinigt, dass an dem Tag weiter nichts stattfindet, weil natürlich alle Beteiligten und auch der Verteidiger das erstmal lesen muss und gucken muss, was ist denn da neu dazugekommen. Eine andere Situation haben Sie, es gibt einen weiteren großen Komplex, das läuft hier unter Rondenberg. Das ist eine Demonstration, die von einem Camp losgegangen sein soll und in einem Gewerbegebiet im Hamburger Stadtteil Lurup, je nach Sichtweise, wir würden sagen, von der Polizei angegriffen worden ist. Da sind sehr viele Menschen gefangen genommen worden, es sind viele Leute erheblich verletzt worden. Da gab es eine Menge Haftbefehle, wovon die meisten inzwischen gegen Kautionszahlungen und Meldeauflagen verschont worden sind. Da kriegen wir keine aktualisierte Akte seit Monaten nicht und fragen uns, was passiert da eigentlich gerade. Es ermittelt ja eine Sonderkommission Schwarzer Block, das sind 370 Polizeibeamte und das ist, was dieses Verfahren angeht, ein schwarzes Loch. Also da wird irgendetwas gemacht, wovon kein Mensch weiß, was es ist. Und wenn die Polizisten dann als Zeugen aussagen, anstatt die Mettler zu sein, wird das dann anders bewertet als bei normalen Zeugen beispielsweise? Oder haben wir eine besondere Stellung oder eine normale Zeugenstellung? Ja, das ist nun eine Klage, die wir Verteidiger schon immer führen, ist, dass Polizisten grundsätzlich in jedem Verfahren eine andere Rolle haben als in Anführungszeichen normale Zeugen. Also Polizisten sind ja immer oder werden ja sehr geschätzt von den Gerichten, weil gesagt wird, das sind neutrale Zeugen, die haben kein eigenes Interesse, die sind besonders geschult in dem, was sie machen, sind geschult in der Wahrnehmung, sie sind geschult im Ermitteln. Das ist natürlich alles Quatsch. Das sind, also selbst wenn sie eine Verhandlung haben wie eines Ladendiebstahls, sind das Menschen, die präsentieren vor Gericht ihr Arbeitsergebnis und möchten sich natürlich nicht sagen lassen, dass da irgendwas nicht in Ordnung gewesen ist. Sie sind das Gegenteil von neutralen Zeugen in jedem Prozess. Also gegen Polizeizeugen kommen sie fast nie an. Ein Gericht, was sagt, ich glaube, dieser Polizeizeuge lügt, müsste, also ist eine höchst selten anzutreffende Spezies. Also wie gesagt, das ist keine Besonderheit dieser Prozesse, das ist sozusagen Verteidigungsalltag. In diesen Verfahren gibt es natürlich sozusagen, wo man es zu tun hat, mit Polizisten, die in der Regel anonym in geschlossenen Einheiten agieren, also anonym, weil die natürlich bei der Berufskleidung, die sie tragen, in keiner Weise erkennbar sind, haben sie natürlich noch weitere Schwierigkeiten. Sie haben, das ist also auch eine Situation, die zurzeit in Prozessen für Belustigung sorgt, wenn also bestimmte zivil agierende Polizeibeamten in Demonstrationen bei Gericht auftauchen, gehen die vorher zum Maskenbildner und sehen zum Teil relativ lustig aus, wenn sie dann in den Gerichtssaal kommen.